Liebe Kartoffelfreunde, wir wollen in diesem Jahr mal ein Video machen über den gesamten Vegetationsverlauf von Kartoffelpflanzen. Also beginnend beim Vorkeimen, Legen bis hin zur Ernte. Und wir haben die Kartoffeln dieses Jahr eigentlich recht pünktlich Ende April, Anfang Mai gelegt. Und wie man jetzt hier auf dem Feld sieht, nach 20, 25 Tagen fangen sie an aufzulaufen. Es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, dass Kartoffeln oft an einem Tag aus der Erde heraus erscheinen. Gestern war hier noch nichts zu sehen, in der Nacht etwas Regen und heute schon solche kleinen Pflänzchen. Man sieht da eigentlich, wie schnell das Wachstum stattfindet. Wir hatten gestern ein schweres Gewitter, innerhalb von einer Stunde 20 Millimeter Niederschlag. Das heißt also 20 Liter auf den Quadratmeter. Und die Böden sind natürlich nach dem Legen und dem Anhäufeln sehr erosionsgefährdet. Und wir haben natürlich hier an dieser Stelle auch Abschwemmungserscheinungen. Aber das Schöne daran ist auch, dass durch solch ein Naturereignis Sachen zum Vorschein kommen, die man sonst unter normalen Bedingungen nicht sieht. Man sieht an dieser Pflanze, was in den drei Wochen, seitdem wir sie gelegt haben, im Boden alles passiert ist. Wir sehen also hier diese langen Stolonen, sagt der Fachmann, die sich vom Keimling aus durch die Erde hochgearbeitet haben. Und sobald sie dann das Tageslicht entdecken, kleine Blätter bilden. Und gleichzeitig sieht man, welches umfangreiche Wurzelwerk sich nach unten und in den Seiten hier in diesem Kartoffeldamm bildet. An diesem Dampffrofil sieht man natürlich sehr schön, wie wichtig es ist anzuhäufeln. Denn um die Mutterknolle muss genügend Land sein, wenn sich dann die kleinen Tochterknollen bilden, dass die in der Erde drinnen bleiben und nicht an den Dampflanken herausgucken. Denn wir wissen ja alle, dann werden sie grün. Und grüne Kartoffeln soll man nicht essen, wegen dem Solanin. Let's hear what you do. Let's hear what you doing here, orang-조를 СерEL Das diyor. Let's listen to Lemonville, literallyommt ease an horn. That's so. Let's hear about this.